Sind Sie auf der Suche nach einem Säulenschutz, zum Beispiel für eine Turnhalle oder eine Werkstatt, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir produzieren seit Jahrzehnten Säulenschutz-Volster, so in der Art, und freuen uns, Ihnen eine sehr gute Qualität zu bieten und Sie zu unterstützen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz oder Ihren privaten Turberaum etwas mehr mit Sicherheit auskleiden wollen, dann sind wir Ihr Ansprechpartner. Unsere Säulenschutz-Volster sind maßgeschneidert und perfekt für Ihre Bedürfnisse angefertigt. Das heißt, egal ob es ein viereckiger Säulenschutz oder ein sechseckiger zum Beispiel sein soll, oder auch die U-Form ist sehr beliebt für Säulen, zum Beispiel in Werkstätten, freuen wir uns sehr, Ihnen zu helfen und Sie zu unterstützen, Ihren Arbeitsbereich sicherer zu machen. Wir bieten Ihnen eine Auswahl von inzwischen über zehn verschiedenen Farben an und darüber hinaus erfüllen wir aber auch gerne individuelle Wünsche. Wenn Sie also zum Beispiel ein Muster auf Ihren Säulenschutz oder ein Logo gerne gedruckt hätten, dann verbinden Sie sich mit unserem Service und wir werden das sehr gerne für Sie realisieren.